So Leute, wie versprochen, gibt es jetzt von mir für euch als kleines Mitbringsel eine fixe Zusammenfassung unseres Kurztrips nach Röhmont in Holland, um mal so richtig der neuen Schlachteplatte Evil Dead zu frönen. Hier geht's los! Unser erster Movie Buddha Videoblog. Okay, noch in Köln, oh guter Dinge. Das ist die Bande, mit der wir jetzt nach Holland jetten. Evil Dead! Meine Fresse, wir haben uns in Köln schon verfahren. Unglaublich. So, ihr Holländer, zieht euch warm an, wir sind auf der Autobahn. Oh Gott! Ja, aber natürlich geht das nicht gut, wenn du hier echt so schlangenliniert wärst. Ich bin mal gespannt, ob der Film so massakeriert, wie die Hintenfahrt. So, Röhmont, Baby! Hüpp, hüpp, hollern! Oh, wir werden in Holland halten! Oh, you! Oh, you! Oh, you! Live dabei, wie wir uns grandios verfahren. Ich will nicht wenigstens einer mal sein Datenroaming hier nach... NEIN! Auf gar keinen Fall Datenroaming! Wir haben den Laden gerade gesagt! Aber da hat er doch keine Saison-Werke. Und da hinten ist nämlich direkt der Coffeeshop und dein Rechts... Da kennt er sich aus! ...der erste und der zweite Rechts ist dann der Alba. Da kennt er sich aus, wenn so ein Coffeeshop's gibt. Ihr wollt noch was fragen, was wir fragen? Ja, ihr wollt trotzdem. Danke! Super! Halt ihn! Ich hab's gerade ausgesprochen. Nichts in rotonde rechts rum. Rotonde rechts. Rotonde. Rechts. Nichts im Tehohschild für Adelaide. Nein! Warte, warte hier! So, wir sind da, schön in Holland angekommen. Schön im Räumont vor dem For Rock City Filmtheater. Ja, wir werden uns da jetzt gleich mal Evil Dead reinziehen, wo ihr schon mal da seid. Und hier sind zwei Wochen! Oh, hallo! Ganz natürlich! So, damit haben wir die Tickets gekauft. Martin ist schon ganz aufgeregt. Das Krasse ist, dass die in Holland tatsächlich ab 16 ist. Schräg. So, nachdem wir jetzt die Tickets gekauft haben, werden wir noch mal ein bisschen nach Räumont reingehen. Und ein bisschen schauen, ob wir da nicht noch irgendwie mal ein Bierchen auftun können. Machen wir doch. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob der meine Erwartungen erfüllen kann. Meine Fresse! Ich wollte eigentlich noch alle anderen Evil Dead-Teile vorher noch mal getrinkt haben. Dazu bin ich jetzt nicht mehr hinkommen. Ist aber auch gern schön. Was? Meine? Das ist nicht wahr! Natürlich! Ich hab's geschafft! Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich weiß es auch nicht. Aber ich freue mich! Auf geht's! Wow! Guck mal! Nicht so aufwendig, ne? Das ist sowieso so eine Farbe! Was erwartest du jetzt so lebel ist? Ganz viel Blut! Ganz viel Gemetzel! Also ich denke natürlich der ganze Charme des Originals wird weg sein, weil das jetzt natürlich... Also gut wird sein, dass dieses praktische Effekte halt gibt, dass es nicht alles CGI ist. Ja, ja, ja. Also das wird vielleicht noch so ein bisschen den Charme haben, aber im Endeffekt wird es halt natürlich... Ich glaube das ist ein super Date-Movie. Also wenn... Also ich hoffe, dass er sich so ein bisschen... dass so ein paar Sachen sind, dass er dem Original-Tribut zahlt. Gut, ey! Ich meine bisher der Bass im Netz ist halt so, dass der Film ein bisschen die Seele abgibt bzw. die Story. Aber gut, das erwarte ich jetzt noch nicht. Es soll schon einfach in erster Linie eklig sein. Wahrscheinlich werden sie halt auch auf diese ganzen komischen Elemente wahrscheinlich auch doch eher verzichtet, ne? Naja. Also der Trailer lässt auf jeden Fall vermuten, dass es da eher ein bisschen ernsthafter zur Sache geht. Stefan! Stefan! Und was erwartest du jetzt von Evil Dead? Von Evil Dead? Ja, ja. Ja, so ein paar Jugendliche, das übliche, ne? Horrorfilme, Jugendliche werden niedergemetzelt, dachte ich irgendwie so. So auch, ne? Schön Gore! Gore? Gore? Ich erwarte mir Gore? Ja. Ja, das auch auf jeden Fall. Dirty Talk habe ich gerade gehört. Dirty Talk ist auf jeden Fall auch dabei. Dirty Talk ist glaube ich mitten drin. Dirty, ja. Mehr braucht man ja auch nicht. Und, Herr Stengel, was sagen Sie, was erwarten Sie von Evil Dead? Evil Dead? Ich erwarte, muss ich ganz ehrlich sagen, einen Remake, das durchaus Potenzial dazu hat, den alten Film sozusagen neu aufzuarbeiten, ihm optische kleine Schmackerlis mit auf den Weg zu geben. Ich bin sehr gespannt mitunter auf die eine oder andere Szene, um den Schmackerlis. Ja, ja, bitte. Was erwartest du von Evil Dead? Ey, frag mich, ich will jetzt ein Bier trinken? Ja, das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid, ne? Ich habe euch gesagt, dass ich hier mit einem Haufen Nerds irgendwie hinfahre um Evil Dead zu gucken. Alles nur Idioten. Alles nur Idioten. Und alle erzählen Sie irgendwas vom Bier trinken. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als mich jetzt zu betrinken für den Film. Mit dieser Bande von Ignoranten. Tja, also die Biere mit in den Kinosaal zu nehmen, hat schon mal nicht funktioniert. Was ein bisschen traurig ist. Das war ein toller Plan, den wir da hatten. Aber dafür ist es hier wirklich schön. Ich meine, ihr guckt es euch mal an. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Jetzt sind wir drin. Jetzt gehen wir los. Ich glaube, im Kino, was weiß ich nicht. Also ich glaube, größer als Kino Prinz. Na, das ist Leitband. Wie, die Leitband ist winzig. Ich hasse sie doch alle. Konda. You are all going to die tonight. I read a passage from that book. I released some evil. Oh my god! Oh my god! What the fuck did you do there? Also eins kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Das war definitiv die Art von Remake, die man sich erhofft hat. Das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, Begeisterung. Also wir kommen jetzt gerade raus aus dem Kino hier in Römond und haben uns jetzt tatsächlich das Evil Dead Remake reingezogen. Und so die erste Reaktion ist, dass wir durchaus begeistert sind. Ich weiß nicht, ich will das natürlich jetzt noch ein bisschen wirken lassen, aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen bin ich begeistert. Er ist true, er ist echt hart, er macht keine Kompromisse, nimmt keine Gefangenen, ist wirklich absolut auf den Punkt, kurzweilig, rasant und ekelhaft. Wir haben es gefeiert und jeder Evil Dead Fan sollte sich das Ding angucken. Die Frage, die sich mir nur stellt ist, ist das wirklich ein guter Horrorfilm oder ist das halt nur für Evil Dead Nerds wirklich ein Fest? Die Sache ist halt, wenn du die ganzen Originalfilme kennst, dann hast du richtig Spaß mit diesem Film. Aber ob du auch so viel Spaß hast, wenn du diese ganzen Stellen nicht kennst... Stell mal deine Spiegel-App aus. Was? Was? Stell mal deine Spiegel-App aus. Nein, Mann, die Spiegel-App muss gut sein. Selbstverliebtes Arschloch. Oh Gott, die sehen so geil aus. So geil. Das Ende einfach großartig, fantastisch. Die ganzen Zitate, die ganzen Anspielungen, die ganzen Details, super. Ich habe halt auch gerade gesagt, er ist halt so super hardcore. Also, er haut so voll auf die Karte. Ihnen geht so ein bisschen natürlich der Humor des Originals ab, was aber wahrscheinlich auch... Ja, aber das ist, denke ich, auch gewollt. Wie gesagt, auch als Remake definitiv was Neues, was Originelles irgendwo noch geschaffen. Ja, wie gesagt, er kommt ein bisschen schwer in Fahrt, legt dann aber richtig zu und er haltet durch das Ende. Ist so hardcore. Wir haben so gefeiert im Kino. Wir haben ja echt nur so... Wow, fuck, no way, das ist unbelievable. Ja, das war wirklich... Ey, es hat sich gelohnt, Mann. Und Holland ist sowieso immer eine Reise wert, das sage ich euch direkt. Tschau.